Guten Tag, ich habe einen Termin bei Frau Dr. Müller. Guten Tag, ja, das bin ich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich habe seit einigen Tagen Schmerzen beim Wasserlassen und auch sonst im Unterleib. Ich vermute eine Blasenentzündung. Verstehe. Haben Sie auch Fieber oder andere Beschwerden? Nein, nur diese Schmerzen. Dann schauen wir uns das mal an. Bitte ziehen Sie sich bis auf die Unterwäsche aus und legen Sie sich auf die Untersuchungsliege. Okay, mache ich. So, ich werde jetzt Ihren Unterleib abtasten. Tut es hier weh? Ja, an dieser Stelle tut es weh. Alles klar, ich werde Ihnen eine Überweisung zu einer Urinuntersuchung geben. Bringen Sie bitte das Ergebnis bei Ihrem nächsten Termin mit. Hier ist auch ein Rezept für Antibiotika, das Sie einnehmen sollten. Okay, vielen Dank. Muss ich noch etwas beachten? Ja, trinken Sie viel Wasser und vermeiden Sie in der Zwischenzeit sexuelle Aktivitäten. Wenn die Beschwerden schlimmer werden oder Fieber dazu kommt, kommen Sie bitte sofort wieder zu mir. Okay, danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen, gute Besserung. ViertausAB ViertausBast 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 Untertitelung des ZDF, 2020